Ich habe es heil zurück geschafft. Jetzt weiß ich, wie Bracken sich bei seinem nächtlichen Ausflug gefühlt haben muss. Das ist kein Kindergeburtstag. Ich muss mich bei ihm melden und ihm sagen, dass ich kein Antizin habe. Alle zu belügen ist ein verdammter Mist. Aber ich weiß, dass der GRE das Wohl der Allgemeinheit im Sinn hat. Okay. 400 Meter in die Richtung. Läuft. Okay, den lassen wir mal schön sein. Inaktive Sicherheitszone. Ist der Depp da hinter mir her oder wo ist er? Okay. Aber wir können hier eine Sicherheitszone aktivieren. Theoretisch. Möchte ich das? Ist aber noch relativ viel los, ne? Ne, lassen wir mal lieber. Versuchen den Job mal irgendwie. Was ist, wenn der zweite Sender auch kaputt ist? Du meinst wohl, was dir blüht, wenn du reißen täuscht? Ganz einfach. Ein grausender Tod. Läuft. Ist aber nett. Oh, 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 oh. Ja, ja, du mich ja auch. Oh, da stand einer. Und irgendwas ist hinter mir her. Alter. Warum bist du so schnell und warum bist du so hässlich? Oh, der ist doch noch wendig, ey. Der ist doch noch verdammt wendig, der Typ. Komm schon. Okay. Wir werden 200 Meter in die Richtung. Daher möchte ich jetzt erstmal nicht rüber. Gehen hier in den Containern lang und gehen dann in die andere Richtung rüber. So, ist mir lieber und sicherer, wenn ich ehrlich bin. Ach, da vorne ist der Sendemast. Okay. Anstrecke. Teilweise sind die ja richtig flott, ne? Die Kollegen. Das könnte ein Problem werden. Wir laufen einfach seitlich vorbei, komm. Seitlich vorbei. Okay, einmal hier schön hoch. Geht das? Okay. Ah, Bild steht gerade. Sorry. Warum steht mein Bild? Komm schon. Okay, jetzt geht's wieder. Karim, ich bin beim zweiten Antennenturm. Der Zaun steht unter Strom. Ich glaube, da ist jemand. Das ist Alexei. Möglicherweise auch noch sein Sohn Christoph. Beides Nervensägen. Beachte sie nicht. Du musst dort rein und den Transmitter einschalten. Ich weiß nicht, ob mir das hier weiterhilft. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Aber wenn der Ding unter Strom steht, wie soll ich denn da reinkommen? Das ist jetzt gut hier. Der kam hier raus. Das nützt mir aber erstmal nicht möglich, was, ne? Komm, ich brauche ein bisschen Werkzeug eigentlich noch. Nehmen wir mit. Was ist das denn für einer? Du kommst aus dem Labor, ne? Oh. Das ist jetzt nicht so besonders gut. Ich muss da oben lang. Ich seh's grad. Ich muss da oben lang. Was zum Henker willst du? Rüber. Guten Tag. Mal mit den Rehen. Ich muss auf den Turm rauf. Wieso denn das, verdammt nochmal? Für Rais. Er schickt mich her. Du siehst mir gar nicht wie einer von Rais' Leuten aus. Okay, ich sag Rais einfach per Funk, dass ihr mich nicht reinlasst. Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Du willst hoch? Gut. Na los, dann kletter rauf. Ja, danke. Ich kann das, Dieter. Sprech nicht so laut. Sollen sie mich doch hören. Christoph, was ist los mit dir? Wir versuchen nie am Leben zu bleiben. Vater, das sind Mörder. Das sind sie. Ja, wir arbeiten für sie. Und genau das ist, was wir nicht tot. Ja. Du solltest weniger deine große Klappe und eher deine Irren gebrauchen. Sonst hab ich da nicht... Der ist zu, ne? Äh, ach so. Okay. Nein! Fuck. Runtergefallen... Wollte ich eigentlich nicht. Okay, Energie stabilisiert sich wieder mit der Zeit auf 25% immerhin. Aber nochmal runterfallen wäre jetzt eine ganz schlechte Idee, oder? Okay, hier ist alles mit Strom. Wir gucken mal, was die hier in der Wude haben. Also, äh, Spielerversteck. Nein, hier kannst du Autos und Co ändern. Das ist jetzt egal. Nimm die Nachricht mit. Haben wir irgendwas zu essen hier? Aber wenn ich jetzt gleich falle, dann hätte ich ein Problem. Okay. Hilft nix, wir müssen es probieren. Wo komm ich da nicht hoch? Wo ist der Weg hier rüber? Wo ist der Weg hier rüber? Hä? Also, ich komm da nicht durch. Da nicht hoch. Schon sehr dubios gerade. Wollen wir mal wieder gucken. Mal, was ich da runtergefallen bin. Ich da rüberkomme. Wie sind die denn da hochgekommen? Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch, so ein bisschen. Muss ich jetzt hier auch, oder was? Da, wir gucken jetzt erstmal nach dem Fertigkeitspunkt hier. Das ist mir jetzt, der hilft mich sonst. Was haben wir denn? Beweglichkeit. Ähm. Parcours beherr. Okay, verbessern Sie sich im Parcours. Sie können länger rennen. Schneller klettern erhöht schneller die... Ja, das ist, glaube ich, gut. Das ist, glaube ich, gut. Entwürfe. Wir können irgendwelche Waffen bauen, angeblich. Nein, ich hätte es gelesen. Eine Taser-Mod, wenn es darum geht, jemanden wissen zu lassen. Okay. Fleischwolf. Das ist schon eine gute Waffe, ne? Komm, fächte mir den mal an. Das können wir doch schon mal machen. Ähm. Böller können wir auch machen. Hätte ich dann wenigstens nochmal welche mit. Worauf ich denn? Und ein Monotov machen wir. Und der Rest ist ja alles so. Äh, Betäubungspolzen. Nee. Nee. Den Rest brauchen wir nicht. So, aber wie komme ich da hoch? Für mich ist das hier eine Leiter. Aber nö. Er lässt mich da nicht hoch. Er muss bestimmt da rüber und dann wieder von oben. Komm. So, jetzt können wir hier hoch. Allerdings geht es da ja zu. Hier, hier glaube ich hoch, ne? Okay. So. Wie auch ist es denn noch? 30 Meter in die Höhe. Vermutlich hier lang. Lass mal gucken, ob das passt. Ah, hier gibt es mal eine Leiter, freundlicherweise. Das ist aber nett. Oh, hier komme ich wieder nicht weiter. Ähm. Ja, kann ich ja. Das sieht nur da. Komme ich da rüber? Jetzt gerade am überlegen, weil hier komme ich ja nicht drauf. Da macht es keinen Sinn. Kann zwar hier noch vorbei. Aber wenn ich jetzt falsch liege und springe da rüber, dann habe ich ein Problem. Oh, das ist so ätzend. Muss im Prinzip ja da irgendwie. Ah, ich muss bestimmt hier draußen auf die... Ah, wie komme ich da rüber? Wenn ich falle, dann falle ich, ne? Kommt da nicht vorbei. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Der hätte ich da lang gemusst. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal, ob es einen anderen Weg noch gibt. Ja, bin ich außen, dann falle ich ja wieder runter. Ne. Der Weg ist schon richtig. Der ist richtig. Ich kann nur nicht von da rüber springen einfach. Das ist doch... Das ist doch viel zu weit, oder? Ah, war doch richtig. Okay. Okay. Alter, Falter. Acht Meter noch. Der ist wieder zu. Kann ich mich da dran halten, oder rutsche ich da runter? Ah, Mann! Scheint eigentlich der einzige Weg zu sein, ne? So, wo ich jetzt hin? Wow, 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 wow. Das war mir wieder mal knapp. Wow. Alter. Alter. Ich hab Angst, dass ich jedes Mal da runter falle, ne? Ui! Gucken wir mal, ob es hier geht. Das Ding ist immer noch intakt. Mal sehen, ob es die Mühe wert war. Hey, Karim. Der zweite Sender läuft jetzt. Funktioniert? Karim, hörst du mich? Klar und deutlich. Gut gemacht. Du findest du dich nicht. Du findest allein zurück, ja. Okay. Da ist der Tower, wo wir sind. Und da ist das Gebäude, wo er ist. Ähm. Ist eigentlich egal, in welche Richtung. Da. Wir runter. Hauptsache runter und weg. Okay, ich hab direkt Freunde wiedergefunden. Ja, das stimmt, das ist scheiß ich nicht. Ja, 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 ja. Das geht mich nichts an. Ich hab euch Freunde mitgebracht. Viel Spaß. Ja, die haben den Spaß jetzt. Selber schuld. Okay. Wie viel Meter sind das? 400 Meter in der Richtung. Könnten hier durch. Ist, glaube ich, auch der einfachste Weg. Aber wir gehen hier durch, glaube ich. Oh. Wo kommt der denn her? Kommt der da einfach rausgekrabbelt? Was soll denn der Mist? Der stinkt oder warum ist der so grün? Geh weg. Ja, ich muss erstmal meine Bezahlung abholen, Kinders. Muss erstmal hier ganz locker, ordentlich weg. Leer. Ein bisschen Metall geholt. Okay, da ist eine Treppe. Könnten wir nutzen. Wobei Treppen querfällt ein, ist viel besser, glaube ich. Habe ich mir gedacht. Aber da sind wieder Leute. Da sind wieder kleine Leute unterwegs. Nee, die geht mir nicht schlecht. Ach, da ist dieser Spinner, der explodiert. Was ist denn mit denn hier? Die Richtung muss ich... Gibt's hier was zu holen? Vielleicht. Ähm, okay. Und dann mit A, ne? Okay, haben wir. Und ein paar Premium-Wurf-Sterne und Zigaretten. Wildworn lassen wir uns noch ein bisschen was mitnehmen. Metallteilen und Co. Das gefällt mir hier ganz und gar nicht. Das sieht richtig schön eklig aus. Okay. Das sieht eigentlich ganz gut aus hier. Können wir hier lang? Okay, ihr seid zu viele. Für meinen Gesundheitszustand seid ihr eindeutig zu viele. Okay. Er geht, wenn ich komme. Das ist gut. Trockenobst. Das ist gut. Wir haben ein bisschen Trockenobst gefunden. Und ein paar Nüsse. Okay. So, wie viel Meter müssen wir noch rüber? 81 Meter in die Richtung. Wer hat mich denn da von den Idioten? Hey, Crane, hast du mal kurz Zeit? Ich habe hier jemanden, der sich mit dir unterhalten will. Hä? Wer? Ist der Karl Crane. Wer will das wissen? Ich heiße Troy. Ich höre eine kleine Grocke überleben an Sektor Null an. Wir nennen uns die Glut. Sektor Null ist vollkommen isoliert, Mr. Crane. Bevor sie den Funk wiederhergestellt hatten, wussten wir nicht, ob in der Stadt sonst noch jemand am Leben ist. Oh fuck. Fuck, 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 fuck. Ich stelle hier rauf. Und hier rüber. Hui, okay. Sehr, gern geschehen. Sollten Sie irgendwann mal unsere Hilfe benötigen, dann lassen Sie es uns wissen, Crane. Ja, ja, Hilfe ist gut. Der Job ist erledigt. Jetzt muss ich zurück zu Rais und das Antizin holen. Du willst dich uns anschließen? Nee, ich will gar nichts. Ich will gar nichts. Ich will mal kurz. Wo ist denn der Shop hier? Hier hinten? Handel. Möchte eigentlich... Mal gucken. Wertsachen können wir verkaufen. Das ist nicht das Problem. Wertsachen verkaufen. Wir haben einige Sachen. Dietrich, lass mir lieber mal. Böller, lass mir lieber mal. Was kann ich denn bei denen kaufen? Klauenhammer. Nur für kurze Zeit. 720. Ist das alles hier im Angebot hier, oder was? Kurzes Messer. Ein Messer oder ein Hammer? Ja, ich lass uns lieber mal. Ich, äh, komm, wir gehen erst mal gucken, dass wir dieses... Weiß nicht, wer der bist und es ist mir auch scheißegal. ...gemittelt bekommen. Geh mir aus den Augen. Tja, du hast nicht nur Karins Auftrag ausgeführt, sondern bist auch heil wieder zurück. Bravo. Bekomme ich jetzt Antizin? Du meinst, ich sei so leicht zufriedenzustellen? Du musst noch einiges beweisen. Schau, wir brauchen das Mittel dringend. Gib es mir jetzt. Dann komm ich zurück und tu, was du willst. Du kriegst das Antizin, wenn ich es sage. Keine Sekunde früher. Wie gesagt, man kann mit mir reden. Tust du, was ich von dir verlange, gebe ich dir nicht nur eine, sondern gleich zwei Kisten Antizin. Also gut. Was soll ich für dich erledigen? Das ist ein bisschen was anderes als die Antennensache. Du brauchst mehr Überzeugungskraft. Den eigenen Willen durchsetzen. Die eigenen Regeln machen. So wird man zum Mann. Lebst du nach deinen eigenen Regeln, Crane? Oder bist du jemandes Marionette? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Sprich mit Karim, sonst beschließe ich, dass du es nicht wert bist. Neuer Fertigkeitspunkt. Jawohl. Und zwar im Bereich Überleben. Was haben wir da? Können wir eigentlich nur den, also Wurfstern nehmen? Den? Fertigungsexperte. Die können gleiche Menge Material, mehr Gegenstände herstellen. Ja, hätte ich gern. Hört sich für mich logisch und gut an. So, Karim. Ah, mein Freund. Reis mag dich, das weiß ich. Ja, woher? Weil du immer noch am Leben bist. Läuft. Die Aufgabe ist kinderleicht. Du musst in einigen Siedlungen hier in der Gegend bloß was abholen. Oh, genau. Zuerst ist Jaffars Werkstatt dran. Direkt östlich von hier. Aber denk daran, dass nicht alle, mit denen du es heute zu tun hast, kooperativ sein werden. Doch ich bin sicher, du wirst sie überzeugen können. Meinst du nicht? Hm. Das sehen wir dann. Okay, wie weit ist das denn entfernt? 18 Meter erstmal darüber. Gebäude verlassen. Okay. Und in diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.